In diesem Video werden wir diese drei Balkonkraftwerkspeicher namhafter Hersteller einmal miteinander vergleichen. Und zwar, jeder dieser Speicher hat natürlich seine Alleinstellungsmerkmale, punktet bei einer Kategorie mal mehr oder auch etwas weniger und das in diesem Video. Hier haben wir jetzt einmal den Heumiles MSA2 Speicher, dann hier die Anker Solix Solarbank 2 E1600 Pro und einmal die EcoFlow Delta II Max Power Station. Für jedes dieser Speicher habe ich dir bereits ein separates Video erstellt für die Installation, die App Einrichtung und die Erweiterung. Die Links zu diesen Videos findest du unten in der Videobeschreibung. Ebenso findest du unten in der Videobeschreibung alle Links zu den Speichern als Solo Gerät und Komplettsets mit Gutscheincode, damit du hier noch etwas sparen kannst. Also ich würde sagen, let's go! Beim Heumiles Speicher haben wir einen AC angebundenen Speicher und die anderen beiden Speicher sind DC Speicher. Letzte Woche war der Heumiles Speicher noch der erste AC Speicher auf dem Markt. Diese Woche kam aber noch ein weiterer auf den Markt und zwar die modifizierte Anker Solarbank 2. Dazu wird aber auf jeden Fall noch ein anderes Video kommen. Wenn du dich für den neuen AC gebundenen Speicher von Anker interessierst, dann hättest du jetzt schon die Möglichkeit den Speicher mit Vorbestellerrabatt zu ordern. Das sitzt aber nur am Rande, damit du weißt, dass es neben dem Heumiles Speicher noch eine Alternative gibt. Der AC gekoppelte Speicher macht gerade Sinn, wenn du schon ein Balkonkraftwerk montiert hast. Du ersparst dir nämlich den Umbau deiner Bestandsbalkonkraftwerkanlage. Das heißt, du musst weder den Wechselrichter demontieren, keine Leitungen von den Solarmodulen neu verlegen noch verlängern. Du steckst einfach nur deinen Schuko-Stecker der Anlage anstatt in die Steckdose in den Speicher. Gerade dann, wenn du ein Balkonkraftwerk auf dem Dach montiert hast und der Wechselrichter darunter montiert wurde, ist dieses AC-System bestens geeignet. Der Nachteil von AC-Speicher zu DC-Speicher sind allerdings auch die Umwandlungsprozesse. Hier werden zwei Umwandlungsprozesse mehr benötigt im Gegensatz zu DC-Speichern. Diese zwei Umwandlungsprozesse entstehen dadurch, weil die Solarmodule nicht mehr direkt mit dem Speicher verbunden sind. Und zwar von Erzeugung der Solarmodule bis zur Einspeisung in das Hausnetz gibt Heumals nach einer schriftlichen Anfrage 15% Umwandlungsverluste an. Was aber dennoch okay ist. Die Umwandlungsverluste vom neuen Anker-Speicher, die sind mir aber leider noch nicht bekannt. Der Heumals-Speicher und der Anker-Speicher sind stationäre Speicher. Die EcoFlow Power Station kann mobil und stationär eingesetzt werden und punktet hier eindeutig mit ihrer Flexibilität. Der Heumals- und der Anker-Speicher sind für Outdoor und Indoor geeignet. Beide sind frostbeständig bis minus 20 Grad und wasserfest mit IP65. Die EcoFlow Power Station ist im Gegensatz zu den anderen beiden Speichern nicht frostbeständig und auch nicht wasserfest. Deshalb sehe ich im Winter eigentlich die Power Station nur in beheizten Räumen. Das ist aber wirklich ganz einfach umzusetzen, auch wenn es durch die Tür oder durchs Fenster gehen muss. Hier gibt es spezielle Flachkabel. Beim Heumals-Speicher und bei der EcoFlow Power Station ist der Wechselrichter extern und nicht wie beim Anker-Speicher direkt im Gerät verbaut. Gehen wir jetzt mal von einem Defekt außerhalb der Garantiezeit aus. Der Vorteil vom Wechselrichter, der sich außerhalb des Gerätes befindet, ist, dass du mit niedrigen Kosten diesen selbst austauschen kannst und eventuell bei einer Weiterentwicklung auf einen neueren aufrüsten kannst. Falls ein verbauter Wechselrichter sowie beim Anker einen Defekt aufweisen sollte, dann kannst du hier nichts selber austauschen und musst den Speicher einschicken. Dieser Gesamtaufwand wird dich daher mehr Zeit und Geld kosten. Der Heumals-Speicher ist kompatibel mit jedem Mikrowechselrichter. Die EcoFlow Power Station ist nur mit dem Power Stream kompatibel. Du kannst Module bis 2000 Watt Peak anbauen, was derzeit die Gesetzeslage in Deutschland hergibt. Bei dem Heumals-Speicher kannst du je nach verwendetem Wechselrichter zwischen ein und vier Module anschließen. Beim Anker-Speicher kannst du ebenso auch vier Module anschließen. Bei der EcoFlow Power Station kannst du zwei anschließen oder bei Verwendung eines Y-Kabels auch vier Module. Zudem könntest du hinten an der Power Station nochmals zwei anschließen, wobei diese zwei Anschlüsse eigentlich für das Laden unterwegs mit mobilen PV-Modulen gedacht ist. Trotzdem sind die zulässigen Maximalwerte vom Eingang des Speichers immer zu berücksichtigen. Wie viel kann eigentlich direkt vom erzeugten PV-Strom von den Modulen höchstens in den Speicher befördert werden? Bei dem Heumals-Speicher sind das maximal 1800 Watt. Beim Anker maximal 2400 Watt. Und bei der EcoFlow Power Station sind es ebenso wie bei Anker 2400 Watt. Hier wird jetzt angegeben, nach wieviel Ladezyklen der Akku seine ursprüngliche Kapazität verringert. Der Ladezyklus bezieht sich nicht auf eine einzelne Vollladung, sondern summiert die Teilaufladungen. Somit könnte der Speicher heute und morgen zum Beispiel von 50% Ladezustand auf 100% laden. Beide Tage zusammen wären dann ein Ladezyklus. Heumals gibt hier mehr als 6000 Ladezyklen an, allerdings ohne Angabe der verbleibenden Speicherkapazität. Anker gibt 6000 Ladezyklen bis 70% Speicherkapazität an. EcoFlow gibt nur 3000 Ladezyklen bis 80% Speicherkapazität an. Hier punkten eindeutig die Speicher von Heumals und Anker. Ein MPP-Tracker holt das Maximum aus den Modulen für die bestmöglichste PV-Leistung. Beim Heumals Speicher ist ja kein Wechselrichter intern verbaut. Daher kommt es darauf an, welcher Wechselrichter verwendet wird. Nehmen wir als Beispiel jetzt mal an, wir hätten einen Heumals HMS 800W 2T-Wechselrichter. Dann hätten wir zwei MPP-Tracker. Bei Verwendung eines HMS 1600er haben wir vier MPP-Tracker. Beim Anker-Speicher ist jeder Eingang mit einem MPP-Tracker ausgestattet. Also vier Stück. Die EcoFlow Power Station bzw. der Wechselrichter, der sich Powerstream schimpft, hat nur zwei MPP-Tracker. Unter Nulleinspeisung versteht man, dass überschüssig erzeugte Energie nicht in das öffentliche Netz unentgeltlich verloren geht, sondern stattdessen wird der erzeugte Strom direkt im Haushalt verbraucht oder in den Speicher zwischengespeichert. Beim Heumals Speicher ist dies mit einem Shelly Pro 3EM 3-Phasen-Energiezähler möglich. Ebenso könnten auch Smart-Plugs wie der Shelly Plus Plug S eingesetzt werden, womit aber keine 100%ige Nulleinspeisung möglich ist. Smart-Plugs wären hierzu also die schlechtere Wahl, allerdings zu empfehlen, falls kein Platz mehr für den 3-Phasen-Energiezähler im Verteilerkasten mehr vorhanden ist oder das WLAN-Signal nicht ausreicht. Beim Anker-Speicher wird der Smart-Meter für die Nulleinspeisung verwendet. Ebenso gibt es von Anker auch die passenden Smart-Plugs. Für die EcoFlow Power Station kann für die Nulleinspeisung der Shelly 3EM genutzt werden und auch hier gäbe es bei Bedarf die EcoFlow Smart-Plugs. Bei einem Stromausfall bist du bei allen drei Speichern autark. Der Heumals Speicher muss dazu allerdings vom Balkonkraftwerk getrennt werden. Wäre der Stromausfall also tagsüber, dann könnte kein weiterer Strom produziert werden. Ganz anders beim Anker-Speicher. Hier hast du nämlich eine Notstrom-Steckdose, die du auch nutzen kannst, währenddessen dein Balkonkraftwerk Strom produziert. Bei der EcoFlow Power Station hast du neben den vier AC-Anschlussmöglichkeiten noch weitere Anschlüsse. Also hier kannst du wirklich alles Mögliche anschließen. Der Heumals Speicher weist eine Speicherkapazität von 2240 Wattstunden auf und kann durch einen weiteren identischen Speicher auf 4480 Wattstunden aufgerüstet werden. Der Anker-Speicher weist eine Kapazität von 1600 Wattstunden auf und kann mit bis zu fünf Erweiterungsbatterien auf stolze 9,6 kWh aufgerüstet werden. Also hier bist du natürlich sehr flexibel, deine Anlage immer, immer größer aufzubauen. Die EcoFlow Power Station hat hingegen eine Speicherkapazität von 2048 Wattstunden und kann durch einen Zusatzakku auf 4096 Wattstunden aufgerüstet werden. Der Heumals- und der Anker-Speicher weist eine Heizfunktion auf, sodass die Speicher auch bei kälteren Monaten mit Minusgraden effizienter arbeiten können und es zu keinem Schaden oder Ausfall kommt. Beide Speicher können somit bis minus 20 Grad effizient arbeiten. Bei der EcoFlow Power Station ist keine Heizfunktion verbaut. Von diesen drei Speichern ist der einzigste, der AC laden kann, der Heumals-Speicher. Das bedeutet, er kann nicht nur Strom an das Hausnetz abgeben, sondern kann sich auch mit dem Strom aus dem Hausnetz aufladen. Das macht gerade Sinn, wenn du einen Stromtarif hast, bei dem es zu unterschiedlichen Tageszeiten günstigere Tarifkosten gibt. Du könntest dann, wenn der Stromtarif am niedrigsten ist, deinen Speicher füllen und an den teuersten Tagesstunden deines Tarifs verbrauchen. Das bedeutet, du könntest diesen Speicher auch ohne PV-Module betreiben. Und auch in der Winterzeit ist es bei diesem Speicher auch nicht möglich, sich zu entladen, da er den eingestellten Minimum-Füllstand durch selbstständiges Laden aus dem Hausnetz stabil hält. Auf den Heumals- und Anker-Speicher gibt es 10 Jahre Herstellergarantie. EcoFlow bietet hier nur 5 Jahre Garantie an. Die ZECA-Preise, die ich hier jetzt benenne, die sind vom November 2024. Der Heumals-Speicher liegt bei 1044 Euro, die Erweiterung mit dem selben Speicher nochmals bei 1044 Euro. Der Anker-Speicher liegt bei 1044 Euro und die Erweiterungsbatterie bei 570 Euro. Was man aber noch dazu sagen muss, beim Anker-Speicher ist der Smart-Meter meistens noch kostenlos mit dabei. Und der Smart-Meter, der hat auch einen Wert von 99 Euro. Wenn du das also abziehst, dann liegt der Anker-Speicher leicht unter 1000 Euro. Der Preis für die modifizierte Anker-Solarbank, die AC gekoppelt ist, liegt bei 799 Euro. Die EcoFlow Power Station liegt bei 1280 Euro und der Zusatz-Akku bei 770 Euro. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende des Videos angelangt. Wenn du jetzt noch irgendwelche Fragen zu den Speichern hast, lass es mich wissen, nütz unten die Kommentarfunktion, ich schaue, dass ich dir schnellstmöglich antworten kann. Wenn dir jetzt mein Video in irgendeiner Weise geholfen oder gefallen hat, dann lass mir einen Daumen nach oben da, abonniere und teile meinen Kanal, verpasse somit keine Videos mehr und sei auch das nächste Mal wieder dabei. Ich sage Tschüss, bis bald, dein Tobias.